Ich skippe jetzt auf mein innerliches Intro, was eigentlich nur hinleitet auf das Podium und stelle Ansa noch kurz vor, wie die Veranstaltung heute moderiert und auch maßgeblich an der Konzeption mitgearbeitet hat, heute Abend und auch bei dem Filmabend gestern, von der ich dafür wirklich ganz besonders dankbar bin. Ansa ist in der irakisch-kommunistischen Diaspora-Community in Deutschland aufgewachsen und beschäftigt sich heute mit zivilgesellschaftlicher Solidarität aus theoretischer und praktischer Perspektive mit besonderem Fokus auf Syrien und Irak und promoviert derzeit an der Berlin Graduate School for Muslim Cultures and Societies zu Staatsgesellschaftsbeziehungen im Post-Irak 2003. Damit übergebe ich dir jetzt die Modellation, freue mich auf ein extrem spannendes Podium und auch auf Beiträge später. Ich schätze, dass wir so zwei Stunden genau ungefähr haben. Vielen Dank. Okay, danke schön, Anita, für diese Vorstellung und Einführung und ich freue mich, heute das Panel zu moderieren, hoffentlich ohne weitere technische Probleme. Und für eine ganze Generation von Linken in Deutschland war die Positionierung gegenüber dem Irakkrieg und die Begründung dieser Positionierung identitätsprägend. Und das ist auch ein Aspekt, der immer wieder betont wird, auch 20 Jahre später, wenn man zum Beispiel zu politischen Veranstaltungen geht. Und dieser Aspekt hat dazu geführt, dass sich viele politische Gruppen gespalten haben und sich etliche neu gegründet haben. Aber dabei ging es oft nur sekundär eigentlich um den Irak und es ging vor allem darum, wie in diesen Diskussionen zum Beispiel Linke in Deutschland die Gefahr, die Saddam Hussein zum Beispiel für die Sicherheit Israels darstellt, wie sie dieses diskutiert haben. Und daran wurde ausgemalt, ob man für den Krieg ist oder gegen den Krieg. Also ging es weniger tatsächlich darum, wie es der Bevölkerung und was die Bevölkerung im Irak wirklich möchte. Es ging also weniger um irakisches Leben. Der Krieg fand statt und der Irak verschwand somit dann auch aus diesen linken Diskursen. In 2011 kam es zu Aufständen in der Region und im Nachbarland Syrien, welches ebenfalls von einer Wars-Diktatur wie zuvor der Irak regiert wurde, organisierte sich beeindruckender ziviler und bewaffneter Graswurzelwiderstand. Für mich stand das im direkten Zusammenhang mit dem Krieg 2003. Die Menschen in der Region zeigten, dass sie sich selbst von unten befreien könnten. Und das war eine Erzählung, die in meiner irakischen Familie entscheidend gewesen war, 2003 den Krieg und insbesondere einer Intervention von außen abzulehnen. Aber genau hier legt sich in gewisser Weise der lange Schatten von 2003 über die linken Debatten, die absurde Formen angenommen hatten 2011. Im Kontext deutsch-linker Diskussionen konnte die bloße Solidarisierung mit der Graswurzbewegung in Syrien zum Beispiel den Ruf eines ausländischen Agenten, der die EU-Regime-Change einfordert, einbringen. Auch heute bleiben diese Debatten relevant, wie das Ringen um eine linke Position zum Beispiel zum Ukraine-Krieg ziemlich deutlich zeigt. Und das zeigt eigentlich ziemlich deutlich, warum es 20 Jahre später relevant ist, dass wir nochmal über den Irak-Krieg diskutieren und Resümee beziehen, aber nicht nur uns mit linken Debatten beschäftigen, sondern eben auch mit der Situation im Land und auch der Situation der Linken im Land. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir so ein tolles Podium haben. Und rechts neben mir sitzt Gilbert Ashkar, in der Mitte Jamal Esayir, Shlubha Sama rechts und Katja Mauer. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich möchte meine erste Frage an dich richten, Gilbert. Du bist im Libanon aufgewachsen und heute Professor für Entwicklungspolitik und internationale Beziehungen an der School of Oriental and African Studies, SOAS in London. Und du bist Autor von The People Want, A Radical Exploration of the Iraq Uprising von 2013 und dein neues Buch von 2023, New Cold War, the United States, Russia and China from Kosovo to Ukraine. 2003 tutest du mit Mitgliedern der irakischen kommunistischen Partei durch Frankreich und hast gegen den Krieg mobilisiert. Und nach 2003 hast du dich auch sehr stark eingebracht in kritisch-solidarische Diskussionen mit der kommunistischen Partei, die zwar auf der einen Seite gegen den Krieg war, aber sich dann in der Nachkriegsordnung dazu entschlossen hatte, an den politischen Strukturen der Besatzungsmacht teilzunehmen. Und du hast da in einer kritisch-solidarischen Diskussion teilgenommen. Der 15. Februar 2003 war weltweit ein koordinierter Demonstrationstag gegen den Krieg und ist mit über 10 Millionen Teilnehmern in gewisser Weise als Protesttag in die Weltgeschichte eingegangen. Und diese massive Mobilisierung können wir aber nur verstehen, wenn wir das in einem größeren Kontext der globalisierungskritischen Bewegungen, die in den 90er Jahren entstanden waren, sehen. Mich würde interessieren, wie hast du damals eben gerade diese globalisierungskritische Bewegung, die so relevant war für die Mobilisierung gegen den Krieg, wie hast du die wahrgenommen? Was hast du, wie hast du ihre Stärken und Schwächen gesehen? Und wie hast du dich persönlich auch eingebracht in der Mobilisierung gegen den Krieg? Und vielleicht kannst du in diesem Kontext auch nochmal erzählen, wie du das Scheitern dieser Bewegung siehst und auch welche Folgen dieses Scheitern für die globale Antikriebsbewegung hatte in den Folgejahren. Wenn wir eben gerade nochmal auf Libyen gucken oder auch, wie ich erwähnt hatte, Syrien. Also wie hat sich auch der Krieg 2003 auf den Rückzug der Linken ausgewirkt? Vielen Dank. 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 Ich glaube, ich bin in eine andere Worte, oder eine neue Worte. Und der erste Worte, in der Mitte der Worte, war die erste Worte, im Jahr 1991. Die Worte, die eigentlich aus den Worte der Worte, die die den Vereinigten Staaten haben. Die Vereinigten Staaten haben die Europäische Worte, die in Deutschland, die in den Worte, mit dem Wurzeln in den Wurzeln, also in Wurzeln, die in Wurzeln zusammengebracht haben, die in Wurzeln wurde, die in den Wurzeln von Wurzeln, die in Wurzeln, in Wurzeln, in Wurzeln, die in Wurzeln hatte, die in Wurzeln sind, die in Wurzeln waren, mit den Vietnami-Vietnami in der Beziehung von der Landwirtschaft. Die Vietnami-Vietnami-Vietnami-Vietnami war ein wichtiges Ziel für die Vietnami-Vietnami. Vietnami war eine wichtige Rolle in der Vietnami-Vietnami-Vietnami-Vietnami in Deutschland. Beethoven hatte ein eine kleine parchete im incentiviert Konzen der Vietnami-Vietnami-Vietnami knife. Nach phrase Native der Vietnami in der komen Konzen der Vietnami-Vietnami inрахe Bochternomagen zu什么 Kameraz 등, dann nicht der Sabeto des Vietnami-Vietnami-Vietnami mit beiden Vertcessele Offen. Es gab einen großen Verwalt, die gegen die Demokratie gegen die Demokratie und die Irak-Innen. Und die Verwaltung der Krieg, die in diesem Fall war. Es hat eine große Verwaltung durch die Weltkrieg gezwungen, die die Weltkrieg gezwungen hat. Es gab einen größeren Dritten in 1991. In 2003, in 2020, waren die Dinge in einem bestimmten Sinn. Das bedeutet, dass die Irak in 1991 wurde. Und das Verlust war nicht möglich. Und diese 90-jährigen Krieg gab es unter den Räumen des Mitgliedstaates. Die Mitgliedstaaten und den Moscow-Gorbachow-Van und Kino, da gab es eine europäische Krieg im Jahr 90-jährigen Krieg. Im Jahr 2003 gab es eine Krieg gegen die europäische Krieg. Und Berlin, Berlin und Moskow waren in der Zusammenarbeit für den Krieg. Deshalb hat sich die Dinge verändert. Deshalb hat 2003 eine große Veranstaltungen gesehen, als wir im Jahr 1991 gesehen haben. Aber wenn wir uns jetzt sehen, dann war es eine große Herausforderung für den Krieg der Krieg. dass sie im Jahr 15. Februar 2003 eine größere Veranstaltungsmögliche in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Aber es war die letzte Folge, in der die größere Veranstaltungsmögliche und seit 20. Jahrhundert, wir haben sich in die Veranstaltungsmögliche Probleme. Heute ist der Veranstaltungsmögliche, wie es in der Vergangenheit der Veranstaltungsmögliche von der Veranstaltungsmögliche. Und könntest du nochmal vielleicht darauf eingehen, wie sich die Konsequenzen, dass diese Bewegung bescheitert ist, ausgewirkt hat auf weitere Antike. Die Kriegsbewegungen nach 2003. Die Kriegsbewegungen nach dem Ausgangstetten, wenn die Kriegsbewegung abnimmt, wo er auf den Kriegsbewegung ist. In der Vergangenheit wurden nach dem Kriegsbewegung mit Moskow oder Washington. es ist ein Fortschritt, aber es war nicht einfach nur ein Fortschritt. Doch es war die Sowjetunion, aber es war eine Rolle von Fortschritt. Sie waren nicht einfach nur ein Fortschritt, sondern es waren da einer anderen Fortschritt. Aber es war ein Fortschritt, es war nicht mit jemanden, sondern gegen jemanden, gegen Amerika. Es gibt einen Schuss für einen Schuss für einen Schuss zu einem Schuss zu einem Schuss. Und das ist eine Schuss, die die Schuss zu einem Schuss. Die Schuss, die Böten und die anderen sind, mit einem Schuss auf die Amerika-Amerikas oder Berlin-Berlin oder London-Berlin. Und das ist auch ein Problem, der politische Probleme ist. Der Wesen muss sich auf die Bedeutung auf den Bedeutungen nicht auf die Bedeutung anwesendung. Die Bedeutung muss sich auf die Bedeutung auf alle Bedeutung anwesendungen, und nicht auf die Bedeutung auf die Bedeutung aus der Bedeutung. Wir sind mit der Verwaltung der Menschen in der Weltkrieg der Weltkrieg. Das ist die Grundlage der Demokratie der Weltkrieg in der Weltkrieg. Wir haben nicht die Möglichkeit, wenn wir Amerika die Verwaltung oder so, oder Moskow, oder Bikin oder so. Wir müssen die Möglichkeit, die Verwaltung der Verwaltung der Weltkrieg der Weltkrieg, die Verwaltung der Weltkrieg der Weltkrieg der Weltkrieg der Weltkrieg der Weltkrieg der Weltkrieg. Vielen Dank. Katja, du hast damals, wie heute, für die Linke Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International gearbeitet. Medico selbst ist im Mai 1968, und Jill Bear, du hast ja gerade auch schon dieses Datum erwähnt, also vor ziemlich genau 55 Jahren gegründet wurden. Und im Kontext eben gerade dieses Aufbruchs der Mobilisierung gegen den Krieg im Vietnam, worauf du auch gerade schon Bezug genommen hast, Jill Bear. Und eben gerade diese Forderung nach der Notwendigkeit von praktischer Solidarität, das war die Motivation für Medico, die Arbeit aufzunehmen. Und im Laufe der Jahrzehnte hat Medico sich aktiv eingesetzt, auch für einen kritischen Diskurs zu Hilfe. Und darauf werden wir auch noch eingehen, inwieweit das relevant war im Kontext vom Irak. Und in diesem Kontext war es Medico ja auch immer wichtig, politische Aufklärung in Deutschland zu leisten. Und in dem Sinne seid ihr auch aktiver Teil von linker Diskursbildung und der Diskursbildung in Solidaritätsbewegungen. Das hat sich ja auch immer wieder in der Konfrontation mit Gewaltverhältnissen gezeigt. Und Anita hat es schon erwähnt, der Einsatz von Giftgas im Irak gegen Kurdinnen, wo eben deutsche Firmen maßgeblich eine Rolle gespielt haben. Und Medico hat sich in der Aufarbeitung dessen eingesetzt, aber auch in der Forderung nach Wiedergutmachung. Und 2003 warst du Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Chefredakteurin des Frankfurter Rundschreibens. Als Katja und als Medico seid ihr eben auch somit Zeitzeuginnen der globalisierungskritischen Bewegung, die in nächster Weise mit 2003 zerstört wurde. Und auch im Anschluss an das, was Gilbert gesagt hat, möchte ich dich fragen, wie war denn die Situation aus deiner Sicht 2003 für eine Bewegung, die eine Globalisierung von unten gelebt hat? Und warum war der Krieg so einschneidend? Und vielleicht das auch nochmal, dass wir diesen Krieg als weltpolitisches Ereignis verstehen, welches unter extremer politischer, moralischer Rechtfertigung einen vermeintlichen Regime-Change legitimierte und den War on Terror auslief, der wiederum auf sehr vielen Ebenen einen ziemlich massiven Einschnitt bedeutete. Ja, also vielen Dank für die Einleitung. Ich gebe mir hier die älteren Augenzeugen für ein hoffentliches Publikum, das vielleicht das gar nicht mehr so präsent hat, aber weil man das tatsächlich doch sehr historisch erzählen muss, um zu verstehen, wie schwer es war, auch für eine linke Politik tatsächlich auf Augenhöhe zu sein. Ich glaube, heute verstehen wir das viel besser, als wir das damals verstanden haben. Also zum Beispiel die Friedensbewegung, von der die Rede war, war ja natürlich immer noch wahnsinnig in diesem Ost-West-Konflikt verhaftet, zehn Jahre danach. Also die hat sozusagen entweder eine pazifistische Position eingenommen oder vielleicht untergründig auch eine sehr pro-sowjetische Position. Plötzlich fiel das alles weg und die Antwort auf das, was da geschah im Irak und schon vorher in Afghanistan, war noch geprägt von sehr großen Verschwörungsideen. Also das sind jetzt die bösen Amerikaner, die etwas da machen. Was ja auch richtig war insofern, dass das eine wirklich grauenhafte Politik war, aber es war natürlich nicht mehr das richtige Argument, zu sagen, das ist ein großer Plan. Das war ja das, was alles, das ist ein Krieg für Öl und so weiter, was ja alles gar nicht zutraf. Also die linken Bewegungen waren auf keinen Fall auf Augenhöhe. Medico hatte eine Sonderrolle, weil Medico schon sehr lange solidarisch mit den Kurden im Irak war und natürlich wusste, dass das Ganze viel komplexer ist. Also Medico sind die Einzigen, die für diesen Giftgaseinsatz damals in Halapscha, wir haben ein Gerichtsurteil bekommen, weil wir Antidots geliefert haben und das war sozusagen gegen Gift und dann hat Medico dann ein Urteil bekommen, weil es keine Ausfuhrgenehmigung für diese Antidots gab. Also völlig bizarr, wer sich erinnert, Halapscha 1988, grauenhafte Bilder, ein paar tausend Tote in dem kurdisch-irakischen Ort, in dem das Giftgase besprüht wurde. Also das von Saddam Hussein. Also insofern war klar, Saddam Hussein ist wirklich eine schreckliche Figur, die das irakische Volk auch knebelt und an der Entwicklung hindert. Und von daher war es nicht ganz so einfach zu sagen, ja wir sind jetzt gegen den Krieg. Das waren wir, wir haben es auch versucht bei Afghanistan zu sagen. Wir hatten damals, das fängt ja eigentlich alles mit dem, der Krieg gegen den Terror fängt natürlich 2001 an. Und das ist das, worunter wir heute noch leiden. Aber wir haben, es war sehr, sehr schwer zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Ja, denn ich denke, er hat, der Krieg gegen den Terror hat in Afghanistan damals, wurde er, hat er ja begonnen. Wir hatten Partner in Afghanistan, die gesagt haben, wir machen das selber, die sollen bloß nicht kommen. Ja, dann haben wir einen Aufruf gestartet gegen den Einmarsch in Afghanistan, mit Hilfe der Kollegen aus Afghanistan selbst. Aber tatsächlich war nicht zu verhindern. Und dann haben wir natürlich versucht, ähnlich wie du von der irakischen kommunistischen Partei erzählst, in diesem Dilemma trotzdem emanzipatorische demokratische Kräfte zu unterstützen. Als jetzt beschlossen wurde, Afghanistan wieder zu verlassen, haben unsere Partner, die wirklich tolle Arbeit zum Teil vor Ort gemacht haben, gesagt, das geht nicht, dass sie jetzt gehen. Wir werden jetzt den Taliban zum Fraße vorgeworfen. Was auch der Fall ist. Wir mussten dafür sorgen, dass die Leute rauskommen. Also das Dilemma, was wir in der Politik haben, seit dem Krieg gegen den Terror, seit dem Ende des Ost-West-Konflikts, das ist das, was für linke Politik auch wirklich sehr, sehr schwer ist, sich darin zu bewegen, weil wir aufgewachsen sind im Kalten Krieg mit bestimmten relativ klaren Feindbildern. Und jetzt das Ganze. Ich glaube, der Irakkrieg ist deshalb ein Einschnitt, weil er das, was in Afghanistan begonnen wurde, faktisch vollendet hat. Er hat die gesamte islamische Welt zum Anderen konstruiert. Ich habe noch zwei Minuten. Okay. Ich versuche. Ich fand damals, ich kann mich erinnern, Judith Butler hat das, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gab eine, es gab Folter überall, es gab Folterzentren an verschiedenen Orten. alle haben kollaboriert, ja, und haben, es gab überhaupt keine Solidarität mit zu Unrecht verhaftet. Es gab Guantanamo, also wir, das sind, das sind ja grauenhaft Sachen. Vorher, wir sind eine Solidaritätsorganisation, in den 80er Jahren selbstverständlich gab es Solidaritätsbewegungen weltweit mit Chilene, mit Argentinien, mit Südafrika, das fiel komplett aus, ja, das muss man sich mal vorstellen. Das haben wir bis heute. Da draußen steht, wir brauchen mehr Solidarität, aber letztlich ist durch den Krieg gegen den Terror Solidarität gekriegt worden. Ich meine, es gibt hunderttausende Menschen, mit denen wir überhaupt nicht solidarisch sind im reichen Westen, sondern es sind Leute, die wir als Feinkonstruktion wahrnehmen und gar keine Empathie haben mit denen. Und das ist, glaube ich, das Verheerende. Und noch ein kurzes Zitat, Arundhati Roy, ich glaube, in Deutschland war das relativ kompliziert mit dem Krieg gegen den Irak. Ich weiß nicht, ob die Bewegung hier wirklich so bedeutsam war wie in anderen, weil es ja so verknüpft war mit der Israel-Frage. Das, glaube ich, sollten wir aber jetzt heute weglassen, das wird wirklich kompliziert. Aber Arundhati Roy hat ja damals gesagt, dass es nicht gelungen ist, diesen Krieg zu verhindern, obwohl es eine weltweite Bewegung gab und obwohl es ja wahnsinnig viele Regierungen gab, die dagegen waren, inklusive die Deutschen. Das ist letztlich der Einschnitt, was alles Spätere verunmöglicht hat. Aber es ist natürlich dieser Krieg gegen den Terror und diese Idee des Regimeschehens von außen und von oben. Und wenn wir nachher... Und natürlich trifft es nicht die Falschen. Wen er sagt, dann muss er irgendwann der Falsche, noch war Gaddafi der Falsche. Aber was war das Angebot, was die USA und die westlichen Hangemonen hatten? Das ist dann nur die Hilfe ins Spiel kommt, der letzte Satz, nämlich... Weltmarkt, das wird ja wahrscheinlich nachher, Weltmarkt, wir müssen euch nur im Weltmarkt integrieren und NGOs, die den Sozialstaat ersetzen. Also NGOs für mich. Das ist das Angebot und das ist jetzt weltweit gescheitert. Die Einzigen, die es nicht merken, sind die, die es immer noch in der Ukraine wieder propagieren. Vielen Dank, Katja. Schluber, du hast zur politischen Ökonomie der Landwirtschaft in Kurdistan, Irak promoviert und arbeitest bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Beirut Office und dort beschäftigst du dich insbesondere mit der Frage der Auswirkungen von Krieg, Neoliberalismus und Hilfe auf die Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion im Irak. Du wurdest selbst während der Anfallkampagne Saddam Hussein 1988 in Kurdistan geboren und bist dann zwischen Kurdistan, Irak und Deutschland aufgewachsen. Der Krieg oder den Krieg im Irak hast du somit als kurdische Diaspora oder in der kurdischen Diaspora erlebt. Mich würde interessieren, wie waren denn die Diskussionen in der kurdischen Diaspora? Generell wissen wir, wenn es um den Irak geht, die irakischen Diasporen haben eine sehr entscheidende Rolle gespielt, nicht um den Krieg herbeizuführen, aber um den Krieg zu rechtfertigen. Und in dem Kontext ist es wichtig, dass wir sicherlich nicht von arabischer gegen kurdischer Diaspora sprechen, sondern nochmal versuchen, Nuancen rauszuarbeiten, die du auch wahrgenommen hast in diesen Diasporen. Und dann würde mich noch interessieren, dass du vielleicht auf eben diese angesprochene Rolle der Diaspora nach dem Krieg nochmal einliest. Vielen Dank, vielen Dank an Sal und an Medikus für die Einladung. Ja, also zur Diaspora, genau, ich glaube, ich würde damit starten, was ich glaube in Deutschland vielleicht so eine Wahrnehmung ist, oder auch global, dass die Kurden waren für die US-Invasion und die Kurden auch in der Diaspora haben quasi am ehesten von der US-Invasion profitiert. Das ist so eine, genau, eine Sache, mit der ich hoffe, ich konfrontiert werde. Und genau, ich würde sagen, ich würde das gerne ein bisschen auflösen. Und zwar gibt es einfach, es gibt verschiedenste Analysen zur Rolle der Diaspora in der Irakinvasion. Und da gibt es zum Beispiel den Iraqi National Congress und verschiedene Personen, die sehr eng waren mit der US-Administration. Und die, sozusagen, es gibt ein Buch, was vielleicht vielen bekannt ist, von Kanan Makir, der sozusagen die Horror des irakischen Regimes beschreibt. Und das wird sozusagen zu einer Rechtfertigung und hilft auch der US-Administration in ihrer Rechtfertigung des Irakkriegs. Und ich würde sagen, was vielleicht wichtig ist, zu betrachten, ist weniger zu schauen, gibt es eine kurdische Diaspora und eine arabische, sondern ich würde sagen, die Diaspora gehört zur irakischen Geschichte, wie die irakische Geschichte ohne Diaspora kann man eigentlich gar nicht denken, denn es gab immer wieder Wellen der Auswanderung im Irak, jedes Mal, wenn es auch zu politischen Konflikten gekommen ist. Und in der Diaspora befanden sich eben nicht nur Kurden und ich würde sagen, eine Aufteilung, die ich besser finde, ist es zu schauen, es gibt eine Diaspora-Elite und es gibt andere verschiedene Diasporen im Ausland. Genau, also um welche Klasse von Menschen handelt es sich dann eigentlich in der Diaspora? Und ich glaube, das ist wichtig zu schauen, es waren bestimmte politische Parteien, die Gehör gefunden haben in den USA, und es war eben nicht nur so, dass die den USA geholfen haben in ihrer Rechtfertigung des Krieges, sondern es war auch so, dass diese Parteien auch geopolitisch von den USA gestärkt worden sind im Irak dann. Und ich würde vielleicht jetzt am ehesten über die kurdischen Regierungsparteien, die KDP, die Kurdistan Democratic Party, und die PUK, die Patriotic Union of Kurdistan, reden, die beide sehr enge Verbündete waren der USA. Und ich glaube, die Unterstützung der USA hat ihnen auch nochmal viel mehr Stärke verdienen, darin einmal innerhalb des Irak und innerhalb Kurdistans verschiedene andere linke Bewegungen zu zerstören, und auch innerhalb der Diaspora die dominanten Diskurse zu setzen. Und ich komme auch aus einer irakisch-kommunistisch-kurdischen Familie, und ich weiß, dass es unterschiedliche Diskurse gab, aber ich würde auch sagen, zum Beispiel die irakisch-kommunistische Partei war zu diesem Zeitpunkt zu schwach, um wirklich andere linke Diskurse zu liefern, oder das aufzufangen, was an Leid und Traumata innerhalb der kurdischen Community in Deutschland es gab. Also vielleicht, um es besser zu verstehen, würde ich einmal kurz darauf eingehen, wie in Berlin dieser kurdische, irakische Diskurs war, und wie konnte sich dieser Diskurs entwickeln. Genau, also 2003 bin ich in Berlin in Spandau zur Schule gegangen, und ich erinnere mich daran, dass dann zu diesem Zeitpunkt viele auf die Straße gegangen sind, von meinen Schulkameraden, und alle gegen den Irakkrieg protestiert haben, und ich weiß, dass in unserer Familie wir darauf gewartet haben, und wir haben eine Demo gemacht an der Gedächtniskirche für die US-Invasion. Und genau, das war, also ich würde sagen, wir waren nervös, und wir waren im Austausch mit unseren Angehörigen in Kurdistan, zu dem Zeitpunkt in Kurdistan war schon seit 1991 quasi nicht mehr unter der Herrschaft von Saddam, also konnten wir mehr miteinander kommunizieren, und Leute konnten sich schon freier ausdrücken als im Rest. Jedenfalls hatten auch, also mein Onkel, andere Verwandten, erinnere ich mich daran, hatten alle Angst auch, und waren nervös, und, aber die Hauptidee war, okay, wir wollen Saddam loswerden, und es war, ich würde sagen, kein freudiges Jahr zu einer Invasion, aber es war die Idee, okay, wir wollen Saddams Sturz haben. Das war sozusagen die Hauptidee, und um das zu verstehen, ich meine, man muss sich vorstellen, wir sind, wir haben den, wir haben den, ja, okay, wir haben den Genozid quasi erlebt, und die Anfallkampagne überlebt, und waren noch nicht vor so langer Zeit in Deutschland angekommen, und, also mein Vater, wie viele andere Männer, die damals in der kurdischen Community hatten, davor acht Jahre lang im bewaffneten Widerstand gegen Saddam Hussein gekämpft, und, also, alle Erfahrungen waren von Tod, Krieg, Traumata, Opfern geträgt, und wichtig dabei auch, es wird oft dargestellt, als ob dieser Widerstand, der schon sehr lange gegen das Regime von Saddam ging, es wäre nur ein kurdischer Widerstand gewesen, dabei ist es ein Widerstand der gesamten und der gesamtirakischen Opposition, also wir haben Leute aus dem Südirak gehabt, aus dem Zentralirak, die alle dort, unterschiedliche Konfessionen, die alle dort organisiert waren, in Kurdistan gab es nun mal die Berge, und deswegen war das ein Ort, wo man am besten gegen das Regime vorgehen konnte, und ich würde sagen, vielleicht, genau, dieser Schmerz und diese Trauer und diese Wut, wurde dann dominiert von politischen Parteien und Diskursen, die keine andere Rechtfertigung geliefert haben, außer einer US-Invasion, und die schon so eng mit den US-Kräften verbunden waren, dass es sehr schwer war, genau, was ich eben am Anfang gesagt habe, es gab keine starken linken Gruppen mehr, innerhalb Kurdistans und innerhalb des Iraks, und auch innerhalb der Diaspora, die hätten andere Narrative liefern können, an denen quasi der persönliche Schmerz von Menschen auch anders hätte vielleicht gedeutet werden können, oder andere politische Forderungen hätten gestellt werden können. Vielen Dank. Dafür vielleicht, Katja, konntest du einen Satz, weil du das, du hattest es erwähnt, und das macht einfach an der Stelle sehr viel Sinn, also die Idee von kritischer Solidarität für Medico, und gerade wenn es um die kurdische, die Rastrohr ging, die ja auch bis heute bei euch einfach eine Rolle spielt, und ihr eben gerade 2003 in diesem Konflikt standet, dass ihr nicht unbedingt diese Position eurer Partner geteilt habt, wie seid ihr damit umgegangen, und wie können wir hier dann, also was ist die Bedeutung dann von kritischer Solidarität in den Kontext? Ich kann mich wahnsinnig gut erinnern an einen Film, der damals erschien, der glaube ich auch von einem kurdisch-irakischen Regisseur war, Tartus Cannot Fly, Schildkröten können nicht fliegen, das ging um die Vermienung in der kurdischen Region, und das war schon in der Zeit, als klar war, dass sie so eine No-Flight-Zone hatten, und da war das eigentlich sehr schön geschildert, was sozusagen in dieser Ohnmacht, in der die kurdische Bewegung war, also mit dem Recht auch auf Selbstbestimmung und so weiter, also sie mit einem extremes Caption-Blick auf diese Hilfe durch die USA geschaut haben, aber keine andere Hilfe hatten. Und das ist ja das, was wir heute auch in Nordsyrien erleben, bei dem einzigen Projekt, was sozusagen von dem großen Aufstand noch übrig geblieben ist, Rojama, aber das bedeutet ja, das ist also ein legitimer Standpunkt, ich fand es auch toll, wie du es geschildert hast, das war ja auch mein Punkt, wir selber waren ja einfach auch noch in alten Denken gefangen, also Medico vielleicht nicht ganz, so weil wir ja mit den Kurven schon eng verklüfft waren, riesige Hilfsleistungen gemacht haben, aber gleichzeitig ist es klar, dass es eine Perspektive gibt, die die Kurden haben und dass es gleichzeitig eine Perspektive von Deutschland aus gibt, die sagt, die Idee, dass man von außen eine Demokratie installieren kann, wird nicht funktionieren, vor allen Dingen nicht, wenn sie neoliberal geprägt ist, wie sie damals geprägt war. Und da werden sich andere Interessen drüber lagern, deshalb muss man die Position der Leute vor Ort aushalten, darf aber auch eine eigene haben. Das wäre dann kritisch so, aber ich muss mit einer Empathie, die auch anhören kann. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Aussage nochmal. Ich möchte nun zu Jamal kommen, der extra aus Fakdad angereist gekommen ist. Jamal, du bist sozialistischer Aktivist der Harakotelane, der Arbeiterbewegung, die sich während der Oktoberproteste 2019 im Irak gegründet hat. Ihr fokussiert euch vor allem auf Nachbarschaftsorganisierung und politisch-marxistische Bildung. Du bist in den 90er Jahren, in den Zeiten des Embargos in Bagdad aufgewachsen, in einem Viertel, was damals noch Saddam City hieß, und dann direkt nach dem Krieg, entsprechend der neuen politisch-religiös-dominierten Ordnung, nach dem von Saddam Hussein getöteten, geistlichen Mohammed-es-Sadr, Sadr City, umbenannt wurde. Die Folgen des Krieges hatten natürlich Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung im Irak, aber eben auch insbesondere auf deine Generation, die in dieser Post-2003-Situation groß geworden ist. Und das Scheitern der Friedensbewegung, wie wir es am Anfang gesagt haben, die eben nicht den Krieg verhindern konnten, hatte im globalen Norden die Auswirkungen, dass das Interesse am Irak endete. Aber die Menschen im Irak hatten diese Optionen, nicht dem Krieg auf diese Art und Weise auszuweichen. Deswegen möchte ich dich fragen, wie hat sich der Krieg und seine Folgen auf dich und deinem Stadtviertel ausgewirkt? Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn wir zu Beginn sprechen, über die Krieg. Die Krieg ist nicht so, dass die Krieg auf alle Menschen. Die meisten Menschen in den Krieg leben mehr als die Krieg. Die Krieg in den Krieg, die wir in den Krieg haben, war nicht so, dass die Krieg in den Krieg. Die Krieg in den Krieg in den Krieg. Die Krieg in den Krieg in den Krieg. Ich hab mit meinen Menschen aus dem Krieg in den Krieg. Die Krieg war immer so, dass die Krieg durch die Krieg ständig. Unterğiht es in der Karte auf die Überschrechen. Wir hören uns immer noch an, in den Kriegen. Aber sie ist in der Kriege f Book. Die Krieg in die Krieg und die Krieg waren. Sie sind in der Krieg. In 2003, die Menschen in der Welt waren, die die Menschen mit den Menschen waren. Die Menschen, die Krieg und die Flügel waren, die in der Welt waren. Das war sehr wichtig für die Irak. und insbesondere bei meinem Leben in der Zeit, ich war ein Kind, ein Kind, und ich habe mich gesehen, dass ich mich in einem Ort in einem Ort wie in der Geburt. Das war ein Wettbewerb von den Äraken, und ich glaube, dass sie nicht mehr können, dass sie heute noch mehr von den Äraken sind. Und ich glaube, wir haben diese Dinge und die Behandlung von der Behandlung mit den Behandlung auswählen, dass wir hierhin hierherrte die Süddeutsche finden müssen und wir müssen dann entlang auf der Behandlung Musicen gehen machen. Wir haben versucht, die Behandlung, die vorkommen zu holen sind. Das war eigentlich ein Pferde für mein Leben, als ich über die Menschen bin, und das war nämlich ein Pferde für die Menschen mein Leben. Wir haben die Stadt aus dem Ort gegründet und wir haben einen Zeitpunkt mit den Fremden gegründet. Wir haben die Stadt über den Stuttgart und die Stuttgart. Dies sind die Wärme und die Stuttgart. Und dann die Stuttgart. Die Stadt und die Stuttgart und die Stuttgart. Das ist der Stuttgart. Das waren die Stadt, die die Stuttgart und die Stuttgart und die Stuttgart. Das war die Menschen, das war die Verkaufnahme von den Menschen. Als wir zurückkommen zur Stadt, war es eine große Stadt, eine große Stadt. Es gab keine Allerienste, keine Allerienste, keine Allerienste, keine Allerienste, keine Allerienste, keine Allerienste, keine Allerienste. Und es war auch schwer, insbesondere auf die Lebensmittel. Das ist das, was in der Schweiz war, in einem normalen Geburtstag. Wir leben in diesem Zeitpunkt, und insbesondere in unserem Land, der sich um die Überraschung mit den Überraschungen zu entwickeln. Das ist die Überraschung der Überraschung. Und das ist sehr schnell, die Behörden der Behörden, um die Überraschung der Irak zu machen, Die Bundeskanzlerin wurde von den Kabinen gestattet und war die Inhalte der Auskunft, die in dem Lande ausgewählt wurde. Sorry. Die Kabinen gestattet die Begründung aus dem Lande der Auskunfts-Kanzlerin, die in den Lande ausgewählt wurden, von der Anweserung und der Auskunfts-Kanzlerin ausgewertet wurde. und die Hubschrecke wieder mit den Stadrigen kommen, die Ganze inologist herein um den Stadrigen durch den Stadrigen. Diese stoppte wurde auch im Stadrigen. Diese Stadrigen wurde hierher geflogen, seinen Stadrigen. Der Stadrigen war ein besonderer Ausatm und der Inhalte. Das kam die Sitzung zu gegen den Stadrigen der Stadrigen. Sie hörten von den Stadrigen und die Stadrigen von den USA in dieleen und dieser Stadrigen Das ist die Beziehung der Reg�ung und die Bürger und den amerikanischen Reg 아까 haben. Die Regen der Regen gegen den Regen und die Regen der Regen von der Regen couchdeteint. Statt unterwegs nach dem Regen von der Regen der Regierung bis heute zu packen. Mit dieser Regen ist die Regierung zurückgekehrt, gerade im Regen aus der Regen des Regen der Regen, der Polizei und der Regierung, die von der Regen der Regen entwickelt wurden. Das ist die Regierung in der Regen Führung, und das ist es. Vielen Dank, Jamal. Gilbert, du und Katja, ihr seid schon gewisserweise auf die 90er Jahre eingegangen, aber eher mit so einem weltpolitischen Blick. Und ich will jetzt nochmal den Blick auf die Sichtweise aus dem Irak selber legen. Der Krieg von 2003 stand am Ende von einem zwölf Jahre anhaltenden Genozidat, wie du es auch genannt hast, Embargo. Dieses Embargo war als Reaktion auf die Invasion des Irak nach Kuwait im August 1990 in Kraft getreten. Und daraus war ein sehr schwacher Staat und ein beschwächtes Regime hervorgegangen. Und du selber bist ja seit Jahren aktiv in der Diskursbildung in der Linken. Wie wurde denn innerhalb der Linken dieser Krieg, aber vor allem auch der Aufstand der Irakerinnen, 1991, der Schubert ist erwähnt, es gab Widerstand eben nicht nur in den kurdischen Gebieten, sondern auch im gesamten Süden des Landes. Und 1991 war das Land bis auf sehr wenige Provinzen eigentlich komplett unter der Kontrolle des Volkes gewesen. Und woran lag es, warum am Ende eigentlich es gescheitert ist, dass das irakische Volk selbst den Diktator stürzen könnte? Kannst du das nochmal im Kontext setzen, auch wie diese Niederlage dann im Kontext von dem Krieg von 2003 zu verstehen ist? Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. 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 hast du hast. Zeit Zeit, Und da würde mich interessieren, dass du uns nochmal ausführst, welche Bedeutung hatte Hilfe für die Ökonomie in Kurdistan und im Zentral-Irak und was bedeutet das heute? Ja, danke. Das war die politische US-Politik begonnen hat und zwar die Sanktionsphase. Es gibt ein Slogan, wie das auch benannt worden ist, The Invisible War, der unsichtbare Krieg. Ich habe gerade die Autorin vergessen von diesem Buch, aber Joy Gordon, die dieses Buch geschrieben hat und quasi damit schon erklärt hat, wie dieser Krieg eigentlich damals schon losging. Und ich glaube, ich kenne mich am besten im Bereich Landwirtschaft aus, also direkt zu Beginn der Sanktionsphase. Was wir einmal sehen ist zum Beispiel, dass Saddam Hussein anfängt im Zentral-Irak erstmal die ersten zwei Jahre in die Landwirtschaft zu investieren und zum Beispiel Kampagnen zur Bodenentsalzung beginnt und versucht das wieder fruchtbar zu machen. Es geht aber nicht darum, quasi die Landwirtschaft zu unterstützen oder Bäuerinnen zu unterstützen, sondern es geht darum, dass Saddam sich das eigene Überleben darüber sichert, dass die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung gesichert wird und auch besonderes Essen für sich und seinen Regime sicherstellt. Diese Politik hat dann mit dem All-for-Food-Programm etwas nachgelassen. Das All-for-Food-Programm ist ein sehr wichtiges Programm, das dann 1997, glaube ich, gestartet hat. Und das ist wichtig, weil zum einen wurde damit die Verteilung des Essens, wurde dann in der Hand des Regimes gelebt und das Regime hat quasi Nahrungsmittel an die Bevölkerung verteilt. Und das ist halt ein sehr charakteristisches Beispiel für auch die Wirtschaft heute noch, weil dann zum Beispiel diese Bevölkerung abhängig gemacht worden ist von dem Staat und heute die Bevölkerung abhängig ist von den Milizen und Parteien, ihnen quasi Essen oder Gehälter oder was auch immer zu geben. Und außerdem hat es dazu geführt, dass zum Beispiel Oppositionelle und deren Familien keine Nahrung erhielten. Also wurde diese Nahrung damals dann als Waffe des Regimes genutzt. Die Zeit geht so weit, schnell vorbei. Genau, und was auch wichtig ist, ist, genau das, also dieses All-for-Food-Programm, man muss sich überlegen, also ganz einfach, okay, auf dem Weltmarkt wird jetzt irakisches Öl angeboten und im Gegenzug wird mit dem Geld, was davon gewonnen wird, das es in einem UN-Fund und daraus wird jetzt eingekauft für den Irak. Und dann kauft man aus der Türkei zum Beispiel ein und die Türkei macht da viel guten Gewinn, aber man agiert in dem Kontext, als ob es im Irak selber keine produktiven Kräfte gäbe und keine Bäuerinnen gäbe und keine anderen Kräfte, die ihr eigenes Essen herstellen. Und dieses System der Importe, also das geht auch schon davor, geschichtlich, dann können wir auch zurückgehen, aber davon habe ich jetzt keine Zeit, aber ist quasi schon sehr lange etabliert und ist etwas, was bis heute quasi die Wirtschaft prägt und genau, und 2003 war die irakische Wirtschaft schon zerstört und die Infrastruktur weitestgehend vernachlässigt. Habe ich noch Zeit, um 2003 zu sagen? Genau, also 2003 ist vielleicht noch wichtig, wird die, also das ist glaube ich ein Beispiel, was für viele Linke auch in Deutschland und in anderen Spiegelen irgendwie ein prägendes Ereignis ist, zum Beispiel der Bombenangriff auf die Saatgutbank in Abu Ghraib. Das war die nationale irakische Saatgutbank und hier lagerten seit den 70er Jahren Tausende von Saatgutsorten und es gibt nicht so viele Informationen, ehrlich gesagt, dazu, also ich mache momentan für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit Jamal und anderen Wissenschaftlern im Irak eine Studie dazu und wir haben Interviews dazu geführt mit verschiedenen Menschen in den Landwirtschaftsbehörden und da ist die Antwort immer, also man möchte sich dazu nicht wirklich äußern. Aber wichtig ist, dass Bremer damals diese 100 Gesetze erlassen hat und eines davon gesagt, dass es nun ein Patentrecht geben soll auf bestimmte Saatgutsorten und unter anderem hat Monsanto, das heute Bayer ist, sehr stark davon profitiert und was wir sehen können, also wie hat sich das überhaupt ausgewirkt auf die irakischen Bäuerinnen und Verhältnisse, zum Beispiel haben wir Menschen gefragt im Umland von Bagdad-Bäuerinnen und Bauern, die haben uns berichtet, also den Staat sehen wir hier gar nicht mehr, also früher hat dieser Staat uns Saatgut gegeben und uns auch mit Pizziziden geholt, das war jetzt kein Bio-Staat, sagen wir mal, aber heute gibt es diese Agro-Dealers, also die, wo man sein Saatgut kaufen muss, das sind hybride Saatgutsorten, die man quasi nur ein Jahr anpflanzen kann, da muss man immer wieder dieses Saatgut kaufen und das ist quasi jetzt gängige Praxis im Umland von Bagdad und eine ganz weit verbreitete Praxis im gesamten Irak. Vielen Dank. Genau, also wesentlich, dass der Staat dort keine Rolle mehr spielt, sondern das alles in den Händen einer Privatwirtschaft liegt, die immer wiederum von politischen Parteien kontrolliert werden. Und das ist ein Phänomen von der Post-2003-Ordnung und da möchte ich nochmal auf dich zurückkommen, Jamal. Und wir haben es erwähnt, die irakische Linke, die eine Rolle gespielt hat, also eigentlich massiv und gezielt und systematisch seit den 60er Jahren durch das Baas-Regime zerstört wurde. Und Gilbert, du hast das einmal geschrieben, dass auch mit dieser Zerstörung der irakischen Linken eigentlich die Grundlage für die Hegemonie des islamischen Fundamentalismus auch in der Region gelegt wurde. Und gleichzeitig heißt es immer wieder, dass die USA 2003 im Irak also weder die passenden Staatsstrukturen vorgefunden hätten, auf denen sie ein demokratisches System hätten aufbauen können, genau, und auch die passenden Partner, weil das Staatssystem eben von Baas-Getreuen auch durchtränkt war und die Strukturen auch daran vom Embargo zerstört waren. Das heißt, wir haben sehr, sehr verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen für dieses Post-2003-politische System. Und deswegen, was ist dieses System und was sind die neuen Herrschaftsmechanismen? Also nach der Liktatur von Saddam Hussein, wie wird jetzt quasi der Irak funktioniert? Vielen Dank. Ich bin bereit, dass die Strukturen nicht mehr über die Schmerzen im Hintergrund von der Schmerzen in den nächsten Zeitpunkt im Hintergrund des Vertrages und das Strukturen über die Schmerzen der Verbrechtung von der Schmerzen und die Schmerzen von der Schmerzen von der Schmerzen und die Fertigende die die Lösung verletzten der Schmerzen und die Schmerzen die Schmerzen Es war schwierig, während der Zeit nicht der Zettelung der Zettelung zu beurteilen, der Zettelung der Zettelung auf den Zettelung zu verabschieden. Das war wirklich, der Zettelung der Zettelung zu erzeugen, mit den Zettelungen der Zettelung und den Zettelung der Zettelung, die die Knie vor der Lande und die Verkaufnahme zu beurteilen. Die Zettelung der Zettelung der Zettelung durch die Zettelung. die verringen die in den politischen Kirchengen in den Kirchengen und die Menschen, die den der Kirchengen und die Kirchengen kommen und die Menschen in ihren Land. Und diese, in dem Sinne von den Kirchengen, hat sich die Kirchengen verringen Das war nicht so, dass Sadaam Hossein nicht so gut war. Es war ein Gespräch mit dem Besuch von den Menschen, die die den Menschen in der Gesellschaften waren, die die Menschen in der Gesellschaften waren, nach dem den Irak-Iran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran-Lehran. Das war das, was wir noch einmal vor dem Verletzigen. aber als die Verkaufs wurde, die die aus der Welt einsteigte und der Welt, die die meisten Menschen und die Welt der Welt waren, waren die Amerikaner in diesem Zusammenhang mit der Verkaufung. Sie hat die Politik aufgrund der Verkaufung und der Bevölkerung gezwungen, die die Verkaufung der Regierung in den Regionen der Regierung gezwungen, die die in den Bezug aufgrund der die Städte der Städte der Städte und der Städte der Städte. Und in der Fall wird die Städte der Städte des Städte aufgrund der Städte der Städte in den Irak betreffend. Die Städte werden in den Irak betreffend von den Irak betreffend. und die Regierung in den Irak immer wieder versuchen, die die Verwichtung der Verwichtung zu machen, die die Verwichtung der Verwichtung der Verwichtung ist. Die Umgeburne ist in der Regelung ab. Wir versuchen den Umgeburner in der Irak einzufügen, dass die Stimme die und behebenen durch die Taggerung in den Zusammenhängen zwischen den Taten-Geräusern und der Entsache nach dem Augenblick zu einem Umgeburten und von ihrer Reich-robiung im Bereich zu dem Zusammenhängen, die dem Taten-Geräusern für den Taten die Stimme betrifft. und in diesem Zusammenhang findet man eine Ärzte vom Erorit 110. Das war's für heute. Vielen Dank. Es gibt noch ein paar, was ich noch nicht erwähnt habe, ist der Heimann der Ehranin. Die Ehranin-Ehran-Ehran-Ehran-Ehran-Ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran. Die Ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehran-ehr Und die Leute, die die in Amerika-Amerkaden haben, die sie in die Regierung gelegt haben, um die Regierung zu helfen, um sie zu helfen. Das ist ein Grund, das ist die Schmerz, die sich in die neue Welt zu verändern, und die andere Dinge zu verändern. Du hast eine Minute. Ich bin der Sprache. Ich bin der Sprache. Ich bin der Sprache. Ich bin der Sprache. Vielen Dank. 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 Ja, also die Frage zu kurdischer Selbstbestimmung ist eine komplexe Frage. Aber ich glaube, vielleicht kann man sich darüber beantworten, sich mal anzugucken, was es so für soziale Bewegungen gab und wie sich diese Diskurse verändert haben auch im Laufe der Zeit. Genau, ich habe ja schon darüber geredet, dass heutzutage, fangen wir mal so an, heutzutage redet man von einer Zwei-Parteien-Herrschaft in Kurdistan. Das sind zwei Hauptparteien, die das Land beherrschen. Diese zwei Hauptparteien waren zum Zeitpunkt 2003 sehr eng mit den USA alliiert und sie waren pro-Irak-Invasion. Und genau, ich hatte darauf hingewiesen am Anfang, dass das auch Auswirkungen darauf hatte, dass diese geopolitisch gestärkt worden sind und damit auch in der Region stärker geworden sind, weil diese bevorzugt wurden auch von den USA als ihre quasi, wie nennt man das, in so marxistischen Jargons, das sind das so die National-Bourgeoisie, ich habe gerade den Begriff vergessen, aber sozusagen deren Alliierte. Und dann, genau, und diese haben zum Beispiel, also innerhalb dieses, ja, der Zeit von 1991, wo quasi gesagt wird, okay, Kurdistan kann jetzt Demokratie anfangen, hoffentlich, und dann, hoffentlich ist das ein gutes Beispiel für den Rest des Irak, muss man aber gleichzeitig bedenken, also wir haben schon darüber geredet, 1991 beginnt aber auch die Sanktionsphase. Es hat extreme Auswirkungen auf die kurdische Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt, in dem es dann relativ bald zu einem Bürgerkrieg gekommen ist, wovon wir heute sehr wenig hören, aber die Gewalt ist weitergegangen. Und, also ich glaube, da spielen viele Faktoren dahin zu, aber ich würde auch herausstellen, dass, warum kommt es dann zu einem Bürgerkrieg, nachdem man schon so viel Krieg erlebt hat und quasi Saddam eigentlich keinen Zugriff mehr hat. Ich würde sagen, ich würde sagen, in der Sanktionsphase waren Güter und Nahrung und alles extrem knapp. Es war auch ein Kampf um Ressourcen und diese Parteien wollten quasi Ressourcen kontrollieren. Und das hat auch wieder damit zu tun, mit den NGOs, die dann seit 1991 schon begonnen haben, in Kurdistan zu arbeiten. Und viele von denen, ich weiß nicht genau, wie das mit Rediko war, aber viele von denen, die auch US-nah waren, also ich weiß zum Beispiel von Care International, die dann Strukturen aufgebaut haben, die Clan-mäßige Strukturen aufgebaut haben, in denen bestimmten Menschen Hilfsgüter gegeben worden sind. Und diese dann wieder verteilt haben, auf bestimmte, genau, auf bestimmte, ich mag diesen Begriff klären nicht, aber deren Gruppe oder so, genau. Klientelistische Strukturen. Genau, klientelistische Strukturen damit weiterhin aufgebaut worden sind. Und das ist wichtig zu verstehen, also dass einmal es einen Bürgerkrieg gab, zwischen den beiden Parteien klientelistische Strukturen aufgebaut worden sind, und über diese NGOs und diese Sanktionen, also die Menschen haben sich in einem imperialistischen ökonomischen System bewegt. Also das war der Kontext. Und ja, wichtig ist dann zu wissen, okay, diese anderen linken Bewegungen, also es gab zum Beispiel in Slymanil Khabat, das war ein Khabat-Test auf kolisch-revolutionärer Kampf und das war, hat verschiedenste andere Räte innerhalb der Stadt koordiniert und organisiert. Und, also ich habe mich mit Leuten unterhalten, die damals aktiv waren und die gesagt haben, also wir konnten das nicht weiter aufrechterhalten, weil nun mal die PUK, die bewaffneten Pischmeiger waren, sie hatten unter anderem auch finanziell viel mehr zu bieten und in so einem Kontext, wo Ressourcen knapp sind, geht man dahin, wo man Essen bekommt, also wo kriege ich meine Nahrung her. Und das war einfach, dass diese Strukturen dann am Ende zu schwach waren, einerseits und andererseits von ihnen dominiert worden sind. Und genau, ich kann da andere Beispiele noch geben, aber vielleicht... Kannst du noch ein Beispiel von jetzt, von der Situation? Genau, und ich glaube, viele von diesen Strukturen sind kaputt gegangen, aber dann nach 2003 gab es wieder eine Formierung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Demonstrationen. Zum Beispiel ein wichtiges Beispiel ist 2006, das ist relativ unbekannt, wir haben über Halabja geredet, die Stadt, die quasi während Anfall bombardiert worden ist und mit Giftgas und wo 5000 Menschen quasi gestorben sind. In dieser Stadt gab es 2006 Proteste gegen die kurdische Regierung, die dort ein Monument aufgebaut haben und wo Menschen quasi gesagt haben, okay, dieses Monument ist einerseits nur für euch aufgebaut als Elite, ihr wollt euch profilieren und ihr benutzt das, um Ergelder zu bekommen und Unterstützung aus dem Ausland zu bekommen, aber wir sind weiterhin arm, wir haben nichts gesehen daraus, es ist korrupt. Und diese Realisierung, dass das eigentlich nicht zu einer kurdischen Selbstbefreiung oder einer kurdischen Befreiung führt, dieses ganze System, was man sich vorgestellt hat in der Nacht, sondern die Realisierung, dass es eigentlich korrupte Strukturen jetzt sind und dass viele Menschen abgehängt worden sind innerhalb dieses Systems, ist zu einem Fokus geworden. Ich würde das ganz kurz dann noch zu 2011, gab es dann wieder größere Proteste, auch in Kurdistan im Rahmen des gesamten arabischen Drillings gab es auch dort Proteste und die Frage von kurdischer Selbstbestimmung ist immer ein Diskurs, der sehr stark von den Parteien eingebracht wird über alle möglichen Kanäle, aber für viele Menschen sind ihre Alltagsfragen eigentlich viel wichtiger befolgen und das sind soziale Fragen von Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Arbeitslosigkeit und diese ganzen sozialen Fragen sind eigentlich im Vordergrund und es gab ganz viele verschiedene Protestwellen, aber auch Rückschläge, zum Beispiel der IS-Krieg, wo viele soziale Fragen wieder zurückgedrängt worden sind, weil dann nationale Fragen auch gekommen sind. Aber gleichzeitig gab es immer wieder, 2018 hat Proteste und 2019 in Bagdad war ein wichtiger Moment auch in Kurdistan, weil man es wahrgenommen hat, es gab vereinzelte Verbindungen dazu, aber dieser Austausch findet viel mehr statt, wir haben es gestern mit den Filmen gesehen, dass dieser Austausch mehr stattfindet zwischen Kurdistan und dem Rest und dass sozusagen die Realisierung, wir haben eigentlich viele gemeinsame Probleme, die sozialer Natur sind, kommt eben auch. Und im Anschluss an die Situation in Kurdistan, wie ist die Situation von sozialen Bewegungen im Zentral-Irak? Also seit 2011 gibt es im Zentral-Irak massive jährlich stattfindende Proteste, die seit 2016 auch eine eigentlich massive antireligiöse Rhetorik haben, 2019 eine sehr starke, auch antireligiöse Rhetorik hat das gerade schon angesprochen. Kannst du, Jamal, diese Bewegungen für uns nochmal einordnen, auch welche Rolle sie gespielt haben bei deiner politischen Entwicklung? Und was ist das Verhältnis zwischen den sozialen Bewegungen im Zentral-Irak und den politischen linken Parteien, von denen es sehr, sehr viele gibt, diesen politischen Parteien und auch den Gewerkschaften? Wie ist da das Verhältnis? Welche Rolle spielen sie? Vielen Dank. 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 zu denken. Und die syrische Anerkissin Leida Shami hat im Kontext der Anti-Kriegs-Proteste um Syrien, die eigentlich vor allem immer Proteste sind, die das syrische Regime verteidigen, hat sie von einem Anti-Imperialismus der Idioten besprochen, Anti-Imperialism of Idiots, of Foods. Und du hast davon geredet, dass es die Notwendigkeit gibt, einen progressiven Anti-Imperialismus zu entwickeln. Und was wären denn die Grundsätze eines solchen progressiven Anti-Imperialismus? Und warum ist der relevant für die Einordnung des Irakkriegs und auch die Entwicklung von einer Position, zum Beispiel gegenüber der Ukraine heute? Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. 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 Vielen Dank für diese letzte Antwort. Und ich würde jetzt den Raum an euch geben. Wir haben jetzt noch circa eine halbe Stunde für eure Fragen, weil wir sehr spät erst angefangen haben. Und ich würde euch bitten, dass ihr eure Fragen präzise stellt, sagt an wen ihr sie stellt. Und wer kommentiert. Und wer kommentieren möchte, kann das auch machen. Und wer kommentieren möchte, kann das auch machen. Und da würde ich streng sein und würde euch genau eine Minute für Kommentare geben. Also bitte keine Parallelreferate. Also bitte keine Parallelreferate. Genau. The flow is yours. Ich sehe da hinten schon eine Hand. Bitte schön. Ja, soll ich die Frage auf Arabisch oder Deutsch stellen? Ja. Ja. Meine Frage ist eine ganz pragmatische Frage und zwar, wie sieht Jamal die Zukunft der Sicherheit im Land im Irak. Die Militienkräfte haben sehr den Krieg nach dem Bürgerkrieg gefördert. Die sind bis auf die Zähne bewaffnet gewesen. Und die Frage, die ich stelle, sind diese Militien und diese Kräfte genauso bewaffnet wie vorhin? Und warum ist die Ruhe jetzt eingekehrt und ob diese Ruhe für die Zukunft auch, ob diese Ruhe noch zu Ende ist? Darum ein. Wie wäre das? Wenn wir darüber sprechen, was wir mit dem Irak nach кто Integren legislature vertreten? Wenn wir auf die Szene über die Zukunft der Irak spoke, dann können wir daraufstehen, wenn wir darauf wünschungsmöglichen, dass wir den Irak betrifft die Frage, was wir über die Frage im Irak liegen. Es bleibt keine Haar-Düte-Sieh. Es gibt keine Möleischen Schmerzen, die 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 Körperschaften verletzten, die die Politik ist in der Fall. Aber heute, die Möleischen Schmerzen nimmt ein sehr gut aus dem Begegnügen. Die Möleischen Schmerzen ist heute nicht außerhalb der Regierung. Und die Möleischen Schmerzen ist heute nicht außerhalb der Regierung. und sie hat sich um die Anwälte an die Anwälte um diese Anwälte zu erzeugen. Das macht die Anwälte, die Anwälte der Anwälte auf die Anwälte und die Anwälte um die Anwälte um die Anwälte zu erzeugen. Und die Anwälte ist immer wieder auf die Anwälte zu erzeugen. Wir haben die Anwälte über die Anwälte zu erzeugen. Und die Anwälte zu erzeugen. Heute ist die Anwälte der Anwälte in den Irak, das ist die Anwälte der Anwälte, die Anwälte der Anwälte, auf die Anwälte der Anwälte um die Anwälte zu erzeugen. Und die Anwälte der Anwälte und die Anwälte zu erzeugen. Das macht die Anwälte schwer in den Irak. Das macht die Anwälte zu erzeugen. Aber in der Anwälte, wir sind immer wieder auf die Anwälte der Anwälte zu erzeugen. Und die Anwälte der Anwälte zu erzeugen. Die Anwälte der Anwälte zu erzeugen. Ja, ich möchte entschieden dieser Definition widersprechen, wonach jedes Volk ein Recht hat auf Selbstbestimmung. Das mag erst mal retieren. Aber in dieser Absolutheit ist es meines Erachtens insbesondere dann, wenn auf einem Staatsgebiet unterschiedliche Völker leben, geradezu mörderisch. Meiner Meinung nach muss dieses Recht eingegrenzt werden. Und zwar dahingehend, dass jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung. Dieses Recht endet aber dann, wenn bei der Wahrnehmung dieses Rechts ein anderes Volkbrot schaden zu nehmen. Das ist nicht so, dass ich mich erinnere. Und natürlich auch die Freiheit der Verteidigung, die Freiheit der Verteidigung. Die Freiheit der Verteidigung in der Verteidigung. Das ist nicht in der Verteidigung der Verteidigung. Das ist sicher. Das ist sicher. Aber das ist sicher. 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 Die Katastrophe. Das kann nicht sein. Ich habe über zwei Stunden geredet. Das ist über sehr, sehr wichtige Sachen. Ich möchte nur erwähnen. Was ist der Effekt von Berlin auf diese Ereignisse in unserer Region und im Irak? Was haben die Berliner damit zu tun? Was hat überhaupt die Berliner Mauer mit seinem Bau und auch vor allem, was damit dort passierte? Die Berliner oft verehren einen Mann als Jonathan Kennedy, weil er sagte, ich bin Berlin. Ja? Und Jonathan Kennedy war der Schlüssel für die ganzen Katastrophe von Ungera. Denn Jonathan... Noch eine halbe Minute. Ja, dann höre ich lieber auf. Es ist sehr schade, solche historischen Dinge nicht zu erwähnen. Ja? Auf jeden Fall besten Dank und zum nächsten Mal, ja. Okay, danke. Ich habe jetzt hier vorne, Anita, wo bist du? Genau, hier und dann in der dritten Reihe links. Vielen Dank für eure Berichte. Das war sehr eindrücklich und auf jeden Fall sehr komplex. Und jetzt habe ich aber eine ganz pragmatische Frage. Von der deutschen Regierung wurde vor einigen Wochen verlautet, dass es jetzt ein Rückkehrabkommen mit dem Irak... Ich weiß nicht mal, ob es es schon gibt oder ob das jetzt abgeschlossen werden soll. Also Irak nimmt bitte irakische Flüchtlinge ohne Bleiberecht zurück und kriegt dafür keine Ahnung was. Und ich weiß nicht weiter, was jetzt damit ist. Deswegen, wenn einer von euch da ein paar Insights hat, wird das mich sehr interessieren. Hat jemand von uns dazu ein paar Insights? Ich weiß nicht, ob es das gibt. Nein, ob es das gibt. Gibt halt, genau. Also ich habe mir diese eine Meldung mitbekommen, aber weißt du nicht, ob es das gibt? Wenn ja, kann man das einsehen? Also ich weiß, dass es immer wieder solche Abkommen gibt und dass immer wieder solche Projekte dann gestartet werden, wo dann den Leuten der Rückflug umsonst gibt. Und dann können sie noch ein bisschen Startgeld haben, um sich ein Business wie ein Friseurladen oder so aufzumachen. Was eigentlich immer dazu nicht wirklich führt und nicht dazu führt, dass Leute sich dann wieder ein Leben aufbauen können. Genau, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt in einem größeren Zusammenhang passiert. Also genau, auf der einen Seite hat der Medico auch ein Projekt gestartet, Rückkehrwatch. Das bezieht sich nicht darauf, aber das bezieht sich darauf, was Schluber gesagt hat, weil genau diese freiwillige Rückkehr eben... Genau, aber sonst bräuchten wir jetzt von Medico die Person, die für die Migrationsfragen zuständig ist. Aber generell ist es für Irakerinnen sowieso extrem schwierig, Asyl in Deutschland zu bekommen. Also wir haben auch Genossinnen, die klare Belege haben, dass sie von Milizen entführt wurden, weil es zum Beispiel Aufnahmen von Überwachungskameras gibt. Und die klar gefoltert wurden und die hier Probleme haben, Asyl zu bekommen, weil es aus Sicht Deutschlands eben nicht um einen staatlichen Akteur handelt. Und das ist deswegen extrem schwer und sowieso nach 2003 ziemlich schnell damit begonnen wurde, dass Irakerinnen sehr schwache Bleibechancen haben. Ja, vielen Dank auch von mir für eure gewollte Erfahrungen eben geteilt heute Abend. Ich habe eine Frage an Jamal, beziehungsweise können wir vorstellen, dass auch mehr Menschen von euch da was zu sagen können, falls möglich ist. Und zwar zu der Frage der aktuellen Aufstände in Iran und den Zusammenhängen mit revolutionärem Potenzial in Irak. Ja, sowohl als auch in beiden Staaten, Iran und Irak. Und vielleicht habt ihr da auch noch eine historische Perspektive drauf, wo ich nicht mal die Frage formulieren kann. Aber es würde mich auch interessieren. Jamal, möchtest du damit anfangen? Ich glaube, du kannst dir da auch die Perspektive aus Kurdistan ergänzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und in diesem Sinne, es gibt keine Verkaufung gegen den Nutzern. Es gibt keine Verkaufung von den Nutzern. Und diese Verkaufung der Nutzern ist ein Verkaufung der Nutzern. und das erinnert sich, dass das Land uns mit einem anderen austauschen vorliegen sind, und dann erneut sich für die Situation einen diese Situation. Also, die Antjekte in Eyrans in Europa waren die Antjekte für Antjekte in Iran und die Antjekte in Iran so gut, und es sei denn, dass die Antjekte in Eyrans in Eyrans in Europa verändert werden. Ich wünsche mir, dass das die Frage erfolgt. zu sagen, ob es eine Bewegung gibt, die dieses System umwerfen kann und ein neues System erstellen kann. Also wenn wir darüber nachdenken, ich glaube, also zumindest rede ich mal über Kurdistan, also diese Unzufriedenheit der Bevölkerung zeigt sich immer in diesen Wellen von Protesten. Allerdings gibt es einfach auch eine starke Gewalt, die da rum vom Staat oder von den politischen Parteien oder im Zentralirak von den Milizen gegen Leute, die diese Organisierung von Protesten betreiben, also Bedrohungen, Attacken, Verhaftungen, keinen richtigen freien Journalismus, der möglich ist. Und deswegen ist es sehr schwer, quasi eine Art von Organisierung aufzubauen, eine Gegenorganisierung, würde ich beurteilen. Gleichzeitig haben wir 2019 gesehen, in Bagdad kam es auf einmal zu diesem Aufstand, diesen Massenprotesten, die einfach in so vielen Städten des Südens Iraks geschafft haben, dann wieder Organisierung aufzubauen. Also ich glaube, diese Unzufriedenheit innerhalb der gesamten Gesellschaft ist vorhanden. Und ich meine, bei Revolutionen weiß man, es ist ein langer Prozess und es kommt manchmal, also zu meiner Auffassung, kommt es zu Momenten, die Proteste anfeuern. Und es ist dann schwer vorhersehbar, ob es nicht doch wieder dazu kommt, dass diese Proteste dieses System umstürzen. Weil das System hat selber auch keine richtigen Antworten auf die Fragen und die Probleme, die es in der Gesellschaft gibt. Deswegen schaffe ich es. Also nicht die Gegenposition, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich jetzt über Anti-Imperialismus heute reden sollten. Also sozusagen brauchen wir den Begriff. Also ich habe jetzt bei Medico über lange Jahre das Wort Empire kennengelernt, also überall Imperialismus. Ganz bestimmt ist der russische Angriff ein imperialistischer Angriff, das ist völlig richtig, teile ich auch. Aber gleichzeitig ist es ein Weltordnungskrieg, wo ganz andere Interessen auch noch eine Rolle spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man für eine linke Position mit einem Begriff von Anti-Imperialismus weiterkommt, der aus einer Zeit stammt, ja aus der 68er Zeit, wo das wirklich eine Relevanz hatte. Aber wie viel Relevanz hat das jetzt heute? Also wer interessiert sich überhaupt, ob wir Anti-Imperialisten sind oder nicht? Dumme oder keine? Also wer fragt, was die Linke für eine Position überhaupt hat? Also da bin ich mir, also außer, dass man gegen den imperialen Angriff Russlands ist, das ist richtig, wofür sind wir da? Und da wird es ja dann schon gleich extrem problematisch. Also insofern, ich denke, ich würde mich da eher wegducken. Also ich spreche kein Arabisch, aber ich spreche Russisch. Also ich verstehe ein bisschen was von der Region. Also ich würde mich natürlich eben deshalb für den ukrainischen Nationalismus auch ungern groß ereifern, ja. Weil er einfach eine sehr dunkle Seite hat, die auch immer stärker wird. Trotzdem bleibt es ein imperialistischer Angriffskrieg, völlig richtig. Aber sozusagen, was ist das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine, in dem es dann bedeutet, also wird es dann der ukrainische Nationalismus, der eigentlich nur für einen Teil der Ukraine spricht. Also sehr kompliziert. Ich habe jetzt auch gelernt, dass unsere kurdischen Kollegen in Nordsyrien doch versucht haben, sich ein bisschen von dieser nationalen Selbstbestimmung zu lösen. Also sicherlich mit sehr vielen Problemen, aber doch einen neuen Vorschlag machen, der sozusagen eher in eine Richtung geht, demokratisch zu sein, mehrsprachig zu sein. Also sozusagen, ja, während der Versuch der Unabhängigkeitserklärung des Nordiraks ja einfach nur ein Schuss im Ofen war. Das ist natürlich Selbstbestimmungsrecht der Kurden, aber war es nicht einfach nur eine Instrumentalisierung in einem bestimmten Moment. Also ich glaube, es gibt einfach Fragen, die dann sehr offen sind, die wir jetzt hier gar nicht diskutieren können. Aber ich wollte nur noch mal, ich kann gar nicht mehr mit dem Begriff Anti-Impalismus in dieser, also es hilft mir zu sagen, es ist ein impalistischer Angriff, da teile ich von. Aber was mache ich jetzt mit meinem Anti-Impalismus? Da bin ich ganz unsicher, weil Vietnam hatte man ja noch, das kam dann anders, aber doch die Hoffnung, dass der Anti-Impalismus auch zu einer Befreiung führt. Und da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das war nur so ein kleiner Eindruck. Ja, vielen Dank, auch noch mal, dass du noch mehr Nürnzen reinbringst. Also es ist für viele, dass du auch in Ordnung bist, aber sonst würde ich lieber die letzten 10 Minuten nutzen, noch mal für das Publikum. Genau, wo sind noch Hände? Denn wenn ich keine sehe, dann... Okay, du bekommst noch einmal drei Minuten. Man muss die Hoffnung nicht aufgeben. Auch in der verlorenen Zeit kann manche, manche nicht aufgeben. Ja, über die Lage in der Zukunft in Irak. Ihr habt das nicht erwähnt. Es ist ein Kampf. Es wird auch eine Wahl. Und wir wissen, diese Kommission in dieser Wahl ist abgerübt. Aber wir gehen davon aus, die Mehrheit der Iraker lehnt dieses Regime ab. Und in der letzten Wahl eigentlich die Stimmen alleine von den Aufständigen und anderen Parteien haben mehr eine Anzahl als alle anderen Parteien. Bloß sie waren schlecht organisiert. Und dieser Hoffnung steht immer noch, dass die Linken im Irak jetzt eine Art von Kommission, von einem Block bilden können und auch an die Leute gehen und diese gesamten Stimmen, die verloren sind wirklich, zusammen unter einer Richtung. Und das ist eine Hoffnung für eine große Verkretung dann in dem Parlament von Irak. Also, man muss nicht die Sachen ganz schwarz sehen. Es gibt auch graue Zonen, weiße Zonen und man muss es durch objektiv beschreiben. Ich sehe jetzt erstmal keine Meldung mehr und dann würde ich nämlich das Podium schließen und auch angesichts der Zeit keine abschließenden Worte sagen. Es war super komplex. Deswegen vielen Dank für eure sehr unterschiedlichen, kontroversen Positionen. Auch ein Dank an euch natürlich, ein Dank an Anita nochmal und auch an Christian vom Bildungswerk, dass ihr die Veranstaltung mit möglich gemacht habt und ein Dank natürlich an unsere tollen ÜbersetzerInnen. und danke an die Technik vom Amion. Vielen, vielen Dank. Auch danke an Jakob, der euch die Übersetzungsgeräte rausgegeben hat und das ist das Stichwort dafür, dass ihr die Bitte unbedingt in all ihren Einzelteilen wieder zurückgebt und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und hoffe, dass ihr viel von der Diskussion mitgenommen habt und auch weiterzulassen habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.